Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Jetzt pennt er schon wieder. Ich wollte euch noch was zeigen, bevor wir wieder ins Werk gehen. Aber noch nicht verraten. Doch, ich verrate es schon. Also es hat was mit Yoshi zu tun. Verraten. Ja, auf Marios Nase hier. Obwohl er auf uns alles grün ist. Das ist voll unlogisch. So, und ist ja was hier mit zu tun und was mit dem Tod? Aber es ist die Frage, ob du es gleich schaffen wirst. Ja, das ist die Frage. Ich glaube, du musst näher ran. Nein. Hast du es nicht? Nee. Okay, dann versuchst du es noch. Ja, nochmal. War wir überhaupt schon mal hier oben? Mit's Play? Ich glaube nicht. Nee. Das ist ein Leben. Okay, jetzt hat es nicht funktioniert. Okay, jetzt ist es noch zweimal und dann gibst du auf, ja? Wieso? Geht doch in Stern auch nicht nach vier Versuchen auf. Naja, weil es ist nichts Sinnvolles eigentlich. Mann, jetzt hat er keinen... Hä? Aber beim Testen hast du es gleich mit dem zweiten Versuch geschafft. Nein. Das habe ich auch ein paar Mal versucht. Doch, aber beim dritten oder so. Ja, beim vierten glaube ich auch. Ja. Ich dachte, anders. Ja, jetzt hat es funktioniert. Aha, und jetzt? Was passiert? Keine Ahnung. Oh, was ist jetzt los? Hilfe, du spielst ab 18 jetzt. Genau. Kotzt Blut. Ja, also ab 18 hier alle, die unter 18 sind, die müssen jetzt ausscheiden. Auch wenn ihr es schon gesehen habt, dass ich trotzdem jetzt ausscheide. Das ist ja voll geil. Und wenn ich jetzt zurückgehe... Bist du dumm oder was? Nein, du vielleicht? Ich bin zu dumm. Dann bleibt die Zunge. Die kann hier so rumlaufen. Ja, die ist jetzt durch den Planeten durch. Ich frage mich, kannst du auch damit in die Röhre gehen? Ich glaube nicht, oder? Willst du mal versuchen? Da in die Röhre? Wir machen. Wir wissen nicht, ob es dann immer noch bleibt. Wahrscheinlich nicht, oder? Doch! Lol. Okay, nach links ist dieser Trott. Hä? Jetzt nicht mehr? Hä? Ja, das ist, weil der so einen Schlenker macht. Die Zunge hat ja auch gemacht. Ach so, aber ist halt dumm. Okay. Ja, okay. Kannst du jetzt mal einen richtigen Stern machen? Du brauchst mal so was von denen. Kannst du auch fünf Leben kriegen. Äh, nee, zehn Leben sogar, oder? Genau. Ich weiß gar nicht. Okay. Es wird schon zwei, drei Minuten verschwendet. Oh, wie schlimm. Ja. Okay. Ja, okay. Machen wir diese Welt weiter. Dort geht es weiter in der Wirbelbohler-Galaxie mit dem grünen Stern 2. Falsch. Das ist grünen Stern 2. Oh, du Penner. Ey, jetzt ist das Video ab 18. Wann hast du eigentlich einen Akzent? Hä? Du hast doch eben gerade einen Akzent gehabt. Hä? Ja, natürlich. Gerade. Habe ich einen Akzent? Habe ich noch gar nicht gemerkt. Nein, gerade wirklich. Ja? Ja, das merkst du wahrscheinlich gar nicht mehr, wenn du das machst. Hä? Wir können es ja irgendwann nochmal angucken im Video, wie du dann diesen Akzent sprichst. Na. Na ja, was Neues. Uiuiui, ich habe mich ganz schön erschreckt. Er hat dich erschreckt. Oh nein, dann bin ich super aber leid. Oh, ich vermute mal... Vielleicht dann wird es nicht nochmal sein. Er hat mir ihn ganz deutlich gesehen. War das der? Ja, der Grünstern 1. Also der. Hallo. Ja, da ist der Luma. Uh, wo bist du bloß hergekommen? Hä? Wo bist du hergekommen? Von zu Hause. Ja. Ja, aber so... Dann war ich mir bei so einer, ähm, ähm, gläsernen Molkerei, wo man so zugucken konnte, wie die so, ähm, also wie so, das abfüllen so. Und dann, ähm, ist so, na, von wo kommt ihr denn her? Und dann so, von zu Hause. Dann... Und dann hat er noch so gefragt, ob wir wissen, was Bio heißt. Und dann ich so, ja, dass die Kühe nicht geschlagen werden. Und dann, äh, dann, äh, hat er mich ganz jetzt so auf den Kieker gehabt. Hä? Und dann sollte er, braucht er so Assistenten, um Butter zu machen. Also das hat mich so, ähm, irgendwie, ja, wie das erklärt, dass er, wenn man so auf mich geachtet hat und so, und dann, dann braucht er so Assistenten, um... Positiv oder negativ? Mh, kommt drauf an. Okay. Und wie war es bei dir? Ja, so ein bisschen negativ, weil der hat dann die ganze Zeit, ähm, hat er irgendwie Sahne oder sowas drinne, war die ganze Zeit so rumschütteln. Irgendwann war Butter da. Ja. Du bist einfach so gekommen, ne, die Butter. Ja. War dann einfach da. Die kamen aus dem Weltall. Du wusstest nicht, wie das passiert ist. Genau. Und dann war ja noch so Mollkill. Jo, ich war dann auch einfach so da. Ja. Und wie viel lang hast du gebraucht? Zwei Minuten? Nein, 2.30. Aber ich war trotzdem näher dran als du, ha? Ja. Ja, also ich freu mich schon, wenn dann News von Mario Bros. 2 beendet ist, dann, also kommt drauf an, welches Assessor da net ist, dann machen wir Nintendo Land nochmal, ja, und Mario, Chase, so die Discoos-Menschen und so, Metroid und Zelda wahrscheinlich, ne? Ja. Das haben wir ja bei, ähm, auf meiner Video haben wir das ja schon jetzt alle Level freigeschaltet. Das letzte Level haben wir leider noch nicht geschafft. Aber das ist auch... Von Zelda. Ja. Wir müssen jetzt hier Silber in den Sterne sammeln, dann kommt ein grüner Stern raus, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ey. Sollten die jetzt ein Hindernis sein oder so? Ja. Die sollten dich nur erschrecken. Guck mal, da kannst du hoch. Oh. Gibt ganz viele tolle Sachen. Ja. Ja. Okay, jetzt höre ich ganz viele solche, solche Dinge. Au. Und du kannst ja jedes einmal erkunden. Ja. Sei vorsichtig. Oh, toll. Geh noch nicht in den Stern rein. Da gibt's ja noch ne Pflanze. Wo ist mein Cursor? Vor deinem Bein. Hä? Ja, so wie er vor meinem Bein, aber hinter meinem Bein. Du Falschsager. Falschinformationen gegeben. Wir haben ja auch von Internet ja auch nicht alle Level bei Zelda und so gemacht. Können wir dann vielleicht noch die Level machen, die wir nicht gemacht haben. Soll ich jetzt ohne Stern machen? Das finde ich ja unfair. Ja. Ja, das muss ja auch ein bisschen schwerer jetzt sein. Ja, sehr gut. Paul Meister lernt ein ganz bisschen dazu. Ey. Aber nur ein ganz bisschen. Aber nur ein ganz bisschen. Du hast jetzt noch ganz wenig Zeit und dann kommt die neben und dann sitzt er zu Ende. Oh. Tja, du musst auch noch Zeit dafür haben, den Lohn abzuholen. Und weißt du noch, wo der ist, der Stern? Irgendwo hier. Also in diesem Bereich, denkst du? Ja. Vor allem auch mal auf die Oberwelt. Ähm, wenn Yoshi in so einen Stern gehen kann. Und ob dann die Zunge immer noch so dumm ist. Oh, jetzt hab ich den Gegner getötet, das war dumm. Nicht, oder? Nee. Weil man behält Yoshi auch gar nicht. Du brauchst aber nicht den Gegner. Nicht? Nee, irgendwie muss man das so schaffen. Naja. Doch. Ich glaub, wenn du der mit den Dings verlieren müssen, hätt ich hier hoch und dann schaff ich's natürlich nicht. Oh Mann. Natürlich, irgendwie musst du es nicht schaffen. Das ist klar. Dann geht doch mal, dann macht mal einen Wandsprung da dran oder sowas. Das geht alles. Weitsprung? Hier ran, meinst du? Nein, an dem... Da, da? Ja, was ist denn? Wahrscheinlich, ja, das funktioniert. Ja, hier komm ich ja gar nicht so hoch. Ja. Vielleicht kannst du das Ding irgendwie abwerfen, kannst du irgendwie Hochsprung machen oder so? Oh. Verkackt. Jetzt hast du es verkackt. Okay, warte. Äh. Nein. Du hast dich töten. Stimmt. Ah, ja, ist eine gute Idee. Was willst du eigentlich, du? Oh. Hallo, wie geht's dir denn? Hallo. Hallo. Was ist denn? Hallo. Aua. Wie ist das nur passiert? Seid vorsichtig. Die sind geil jetzt gekommen. Nochmal Lebenssammel. Nein, nicht erlaubt. Du sollst nicht deinen Namen nennen. Du sollst nicht deinen Namen nennen. Vollmeister soll nicht seinen Namen nennen. Ich hab seinen Namen nochmal genannt. Ja, ich hab'n Leben mehr bekommen als vorher. Ja. Erfolgsquote 100%. Nur von mir. Tot? Ja. Ha ha. Ja. Ja, aber du musst es ja auch so schaffen können. Weil Nintendo hat bestimmt nicht so gedacht, ja, wenn du Pech hast, dann hast du Pech. Wer weiß. Ja, aber das passt irgendwie gar nicht zu Nintendo. Wer weiß. Also was holt du? Ich weiß es. Ich kann mir nicht mal ducken. Ja, dann kannst du Wandsprung machen. Ich kann vielleicht Dreisprung machen. Siehst du. Irgendeine Lösung gibt's immer. Okay, dann weiß ich jetzt nicht genau. Ich bin jetzt mal in die Richtung. Ja, okay. Ich würde es theoretisch schaffen. Ja, wir machen immer an die andere Richtung. Dann springt schon früher den ersten Sprung. Oder so. Ja. Ich muss es nur noch schaffen, dann noch Wandsprung zu machen. Wie ist das? Ohoho. Jaffa. Ah. Ah. Ahaha. Oh Gott, wenn deine Nase juckt, mir habe ich mich voll gekratzt. Ah. Hä? Ist jetzt dein Nasenknochen gebrochen, oder was? Nein. Zum Glück nicht hier. Und gleich weitermachen, ne? Boom. Was? Der Wattenwolken-Galaxie. Ich mach erst die Schwerkraft-Chaos-Galaxie. Kometen-Alarm. Grüner Kometen-Alarm. Grün-Stern-1. Oh, ich sehe ihn gar nicht. Oh, einer. Zwei. Ja. Ja. Ja, einer war zu sehen. Sehr lustig, wenn man auch hier raus könnte, auf diesen Spielplatz. Dieser Spielplatz. Oh, ich wollte da rüber. Mein Suchtrupp wartet unten. Das ist der Roman. Von Meister ist ein bisschen dumm heute. Ey. Du bist jetzt schon zweimal gegen irgendwelche Dinge gegengelaufen. Wofür dieser riesige Schalter wohl da ist. Einmal ins Regen, wie schön. Wow. Ja. Ja. Oh, eine Blume. Was hat die Blume dazu suchen? Ein riesiger Schalter, den man viel zu doll umlegen muss. Ist der kaputt. Ich muss da runterfallen. Ich muss da runterfallen. Nein. Ja, doch kann man. Ah, und nicht da, wo du jetzt bist. Tja, hast du wohl wieder keinen Sterben. Ja, hast du nicht unrecht. Unfähr. Übrigens bei der... Bei der... Wie heißt die nochmal? Ach, wie heißen die? Rückgang der Galaxie. Also Rückgang der Galaxie, da kann man auf so ein Ding einfach so rauffringen, ohne dass man in so einen Teleporter geht. Nur mit den Wolken habe ich das geschafft. Ja. Ja, also auf dieses Ding. Der hat die Zeit nicht gezählt, oder wie? Nee. Der hat trotzdem drei Leben bekommen. Der bist nicht zurückgekommen, oder wie? Das ist natürlich schlau. Aber trotzdem hat man ja insgesamt zwei Leben mehr. Aber es gibt noch einen ganz anderen Trick, wie man viele Leben bekommt. Viel einfacheren Trick. Kennst du schon, oder? Kennst du schon, oder? Nein. So, das ist in der... Ähm... Giga-Gumba-Galaxie. Kann ich vielleicht zeigen, wenn du da wieder bist. Oh, mich denke ich dann dran. Hab ich dann in das hier vielleicht auch einen Sterben? Ja, in dieser Galaxie ist auch ein Sterben. Mö, ja ... In diesem Abschnitt. Scheiße. Da war was, kein Checkpoint, ach doch, achso, okay, ja okay, jetzt nicht so kurz der Weg bis dahin wieder. Doch, eigentlich schon. Ich kenne die ganze jetzt nicht. Doch, du kennst sie schon, aber du kennst sie nicht. Ich war doch da direkt, oder? Ey, Penner, dafür kriege ich deine Münze. Da ist es doch schon. Ja. Aber der Weg geht es weit. Ich weiß. Ich bin total gestorben, bis es so weit war. Ich bin gestorben. Gar nicht. Doch, das weißt du nur nicht. Ja. Oh, Secret, da ist ein Secret. Will du mein Bruder jetzt sagen? Ich bin auch nicht ein guter. Doch. Nein. Nein. Los, step. Bitte, bitte. Ich muss die Commitments nochmal einsammeln. Los. Ja. Tja. Tja, so macht das nicht. Ich hör was. Ja. Ich hör was. Der ist hier gleich um die Ecke. Kennst du ihn noch, ne? Ja, den hab ich sogar schon mal gemacht. Hä, wo denn? Beim Kumpel. Bei Ice-Zug 253. Der, der Nui? Ja. Der Galaxy? Ja. Hat er das durchgespielt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er den Stern noch nicht gehabt und dann hab ich ihn für ihn gemacht. Ey. Weiß nicht mehr, wie ich es gemacht hab. Aber hast du das vorher bei ihm gespielt oder hast du als erstes bei ihr gespielt? Nein. Nein. Das ist ein Checkpoint. Ja. Ich hätt das vorher bei ihm gespielt, also. Ja. Das ist schon ziemlich lang her, oder? Also das ist Galaxy oder überhaupt? Galaxy 2. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist schon ziemlich lang her. Vielleicht ja schon ziemlich lang. Also so seit 2011 oder so. Ja, aber die Wii U nicht. Aber die Wii U nicht. Doch. Ja. Irgendwie funktioniert das nicht. Warum nicht? Weiß ich auch nicht. Ja, dann findest du jetzt raus. Weil die Schwerkraft für den Weg ist. Kann ich hier eigentlich lang gehen. Und wie kannst du sie überwinden? Vielleicht mit Hochsprung? Ja, gehen wir da hoch. Vielleicht geht es ja. Äh. Ne, mit Rücksprung. Okay, das ist eine Unsichtbare. Ja, klar. Ja, mit Weitsprung geht's in mir auch nicht. Ja. Alter. Oh, ey. Richtig weggeschleudert, ne? Von den Sternen. Ja, wie man sofort nach unten gedrückt wird. Äh. Hallo. Hä? Hier nicht läuft. Ja, bist du dumm, oder was? Guck mal, ich... Hä? Darfst du noch nichts? Hä, was ist denn? Irgendwie... Ah, okay. Jetzt geht's hier. Irgendwie... Keine Ahnung. Bist du dumm, oder was? Hä, hä, hä? Ey. Geht's jetzt wieder? Was war denn überhaupt? Keine Ahnung. Ich hab mir das Gefühl, die Steuerung verkack... Ey. Mann. Aber es gibt ja viele verschiedene Arten von Steuerung verkackt. Ja, keine Ahnung. Dass es gar nicht funktioniert, oder dass es nicht richtig funktioniert? Dass es nicht richtig funktioniert. Äh. Versuch's halt irgendwie... Äh, jetzt! Was ist denn? Okay. Oh. Sag doch mal, was überhaupt los ist. Lol. Haha. Die wieder hier. Tja. Ja, du müsstest jetzt langsam mal schaffen, weil der Part hat schon 21 Minuten. Na toll. Solltest du es jetzt langsam mal schaffen. Ah, so knapp! Wie, glaub ich, ist das nicht wirklich die richtige Taktik? Doch. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber irgendwie... Ich werde es schaffen! Ich werde es schaffen! Solange, wie du es jetzt schon versuchst. Ich werde es schaffen! Ich werde es schaffen! Ja, dann schaff... Oh, wieso geht das denn nicht? Oh. Ich hab's auf jeden Fall schneller geschafft. Ja. Und jetzt schaff es doch einfach. Wie? Ja, einfach, Mann. Schaff's einfach. So. Mir auch egal. Äh. Mann, so knapp! Wieso zählt das nicht? Ja, bist du dumm, oder was? Weiter mal auf und helf mir! Ich weiß ja auch nicht, wie du es schaffen sollst. Hey! Mann! Das kann man jetzt in der Kategorie Cybermobbing einführen, weil es im Internet ist. Weil das hier hochgeladen wird. Vielleicht kann ich mir so eine Treppe aus Sternenteilen bauen. Ja, also wenn du es jetzt noch länger brauchst, dann müssen wir die Fehlversuche rauscutten und dann erst... Ja. Wie wär's schon? Jaaah! Jetzt frage ich so rein, wie lange, wie viel Zeit wir rauscutten mussten. Äh, beziehungsweise ich... Drei Stunden? Jaaah! Jaaah! Und... Alter! Mann! Deswegen ist die Aufnahme so arg asynchron, weil das Video schon... Weil die drei Stunden Video aufgenommen haben. Genau! Dann kannst du das auch wieder synchron machen dann, oder? Nee. Mann, ich war doch genau vor dem Stern! Weil das Audiospur und Videospur ja in einem sind, bei mir. Und da kann ich nichts verändern. Jaaah! Jaa, du hast es geschafft! Mit einem überlänglichen Part! Mann, jetzt hör doch mal auf! Hä? Was denn? Ich sag nur die Wahrheit! Jaaah! Hundertzweihundneunminutensechundfünfzigsechunddreißig! Okay! Dann soll... Was machst du im nächsten Part? Die nächsten grünen Sterne! Schau auf die Liste! Da hat man eine bessere Übersicht! Du warst noch gar nicht auf der Liste, als seitdem die grünen Sterne da sind! Also, wir machen... Nächstes Mal in der Wattenwolken-Galaxie alle grünen Sterne und wenn wir schaffen noch in der... Du hast die Wattenwolken-Galaxie voll übersprungen! Jaaah! Okay, wir machen erst in der Schwerkraft-Chaos-Galaxie den letzten... Nein! Erst die Wattewolken, weil du die übersprungen hast! Oh! Das ist jetzt nicht so schlimm! Doch! Das muss alles schön in der Reihenfolge sein! Okay? Oh nein! Ich mache jetzt nur noch den letzten... Und dann mache ich Wattewolken-Galaxie! So! 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 Untertitelung des ZDF, 2020